Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Freund hier zu Jokai Watch in der Schule von Linshausen. Wir müssen nach Nathan und Freddy suchen, die irgendwo hier in dieser Schule versteckt sind. Ja, aber ich will weiter. Was ist eine Schlange gerne? Eigentlich auch Fleisch, gell? Wir wollen natürlich weiter, äh, ja. Jokai sagen, erfüllt den Zweck. Na, okay. Das ist doch gerne Fleisch, oder? Eigentlich nur lebendige Sachen, aber sorry. Ich wollte aber nicht nur lebendige Sachen geben. Aber ich habe nichts lebendiges. Fisch? Äh, Fisch ist schon noch nicht so. Nicht wirklich. Tschüss. Ah, der lebt noch. Was? Der hat so viel Schaden gefressen bis jetzt. Oh, Mann. Ja, eine Kugel. Komm mir nach. Oh. Der macht seine gefährliche Attacke, die nix bringt. Wo es eh kein starker Joka ist. So, zumindest kann er nix besonderes. Das ist ein Supporter eher. Das ist ein Supporter, der Kleine. Jetzt komm. Lass ihn umfallen. Supporter. Nee, nee. Ich brauche ein paar, weil ich draufknüppeln kann. Tätigkeitsstärke erhöht. Attacke vier. So. Hier kann ich runter. Aha. Was ist das für einer? Sushi-Yama. Der mag doch sicher. Reis. Ja. So ist schon lecker. So ist schon lecker. Ist so richtig lecker. Ist so lecker. Kann ich ja sicher nochmal geben, oder? Tada. So ist schon lecker. Hab ich beide. Glück kriege ich gleich einen. Aber. Wird wahrscheinlich auch kein Ultra-Ding sein. Aber. Soja. Wer sammeln. Ich möchte irgendwann auch alle Joka zusammen. Wird sich auch voll hart sein. Was einer macht. Ob es schon eine gemacht hat. Alle Joka ist zu sammeln. Roche, die Liste, was es gibt. Wer sich zu meinem entwickelt. Boah. Sicher. Heftig. Juuu. Gewonnen. Jetzt kann es nicht einer von denen zu mir kommen, oder? Dein Ernst? Keiner von beiden. Du hast mich. Ihr wolltet nicht. Ah, jetzt bin ich. Nein, ich bin hier auf der anderen Seite. Komm. Alter, holt ab. Mann. Wieso? Ich wollte, dass ich. Das ist ein Kitzle. Kitzle. Eine rote Münze. Ich mag dich haben. Kleiner Knecht. Gegner geben. Zack. Und los geht's. So ist schon lecker. Fast. Er sagt fast. So ist schon mal. Aber noch fast. So. Komm, 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 komm. Au, au. Nicht auf Petzmeralda, bitte. Petzmeralda hat keine Zeit. Petzmeralda muss chillen. Sag es. Aha. Aua. Heilung. Gut. Was ist das für ein Damage? Lol. Toll. Alter. Zack, zack, zack. Erster fliegt um. Ja. Der zweite fliegt um. Ja. Und jetzt nur noch unsere Sport-Schlange da. Da, war man die so viel Damage. Bam. Vor allem, er blockt ja nicht immer und kriegt trotzdem wenig Damage. Das ist hart. Na. Na? Ich stirbst jetzt endlich. Möchte weiter? Geh doch. So. Gewonnen. Puh. Das ist ein freies Ball. Ja, geht doch. Suishama, nähert sich dir. Deine Stärke wird erfolgt. Ich bitte immer nicht als gefolgster Mann an. Ja. Sushiyama. Sushiyama. So. Und eine neue Medaille. Bum. Geil. Du kannst dir diese Medaille ansehen. So, wir haben wieder einen neuen gekriegt. Einen kleinen neuen Gefolgsmann. So. Herein. Spaziert. Hier ist nix. Ah, hier komme ich noch mit. Ah, A habe ich nicht. Deswegen wird das nix. So, was fehlt mir hier eigentlich die Schlange unter zwei Beine? Und den hier. Ah. Das ist doch auch nur... äh... Komischer Typ. Oh, nein. Oh, nicht ihn. Oh. Mehr. Nein, ich will. Was ist denn der Dobermann? Ach, fuck. Ich wollte ihn nicht mehr sagen, habe ich doch schon. Was macht denn? Er hier. Eigentlich Fleisch. Er mag Fleisch. Ah. Ah. Na, heule. Komm, jetzt. Treff mal an. Das ist dummer, Mann. Hier kann ich ein Reis beigeben. Ah. Hier. Vielleicht magst du das. Ja, wieso nicht? Boah, mal bald neue Items verkaufen. Bei der Part 2 neue. Äh, Fresssachen, hä? Hätte ich ja alles verwerfen. Ja. Bisschen einkaufen kann ich schon mal. Irgendwann. Das ist nur die Tage. Boah. Tschüss, nochmal Satz. Gewonnen. Erfahrungspunkte. Boah, die Erfahrungspunkte. Okay. Ich war für den Arsch. Ich habe es verstanden. Aber auch. Gucken wir uns erstmal hier um. Wenn ich mich hier umgucken kann. Hä, wer bist denn du? Gibt es hier mal Neues? Frostina. Frostina. Was mag Frostina? Baguette. Mag ein Baguette, oder? Oh, ha, ha, ha. Schluck. Komm. Frostina. Frostina. Aua. Greif alle. Treff nicht. Mach sie kaputt. Ja. Nummer zwei ist gewonnen. Und zack. Ja. Sag es. Sag es. Stirb jetzt endlich. Wo hattest du viel aus? Kerle. Wo hattest du viel aus? Aber es reicht nicht zum viel aushalten. Gewonnen. Wanderkapper kriegt ein Level. Ja. Keiner mag zu uns. Lass es sein. Hallo, Zoramant? Hallo? 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 Nichts. Aber das Jungler, da haben wir nichts verloren. Okay. Ah, da muss ich eh hinzu. Aber wir kämpfen erst noch hier. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ey, lass es sein. Sag es. Ey. Böser Dobermann. Boom. Jetzt. Mach kaputt. Trudel. 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 Bämst. Gut. Und auch ihn hier. Oh. Kriegt der Blatt. Der kann nix. Umgefallen. Passt. Ja. Gewonnen. Und wieder ein Level ab. Für Petzel Beralda. Ich weiß nicht, ob ich... Oh, guck dir an. Vierseher nähert sich dir. Mein Verstecker hätte ich bei Ihnen nicht vermutet, Freunde. Ja. Vierseher. Vierseher. Wieder eine neue Medaille. Ja. Bämst. Juppie. Vierseher. Einfach nur lang genug kämpfen. Dann passt das schon. Wie es aussieht. Ah. Hier ist Freddy. Freddy? Hörst du das? Klar. Wieder spielt ganz von selbst. Das ist auf jeden Fall verdächtig. Hoch drei. Das gucken wir uns besser mal an. Wer hockt hier? Na. 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 Da ist jemand. Pistole Ross. Okay. Hey. Oh. Die Musik. Oh. Lauf. Das schlechte Spielklimmer. Eins der sieben ist ja in der Schule. Was machst du denn da, Freddy? Oh. Ich bin nur zufällig drauf gestoßen. Aber dass das Klimmer von selbst spielt. Ich dachte vielleicht ist da irgendein Mechanismus drin oder so. Aber so schlecht würde keine Maschine spielen. Aussehen wäre kaputt. Verzeihung, schönes Fräulein. Könntest du etwas gegen diesen Jungen da tun? Ich versuche Klavier zu üben. Und seine unmittelkritik lenkt mich ab. Ich habe ihn nur hergebracht, damit er hingerissene weibliche Fans nachahmt. Im Nachhinein betrachtet hätte ich wohl eher dich herbringen sollen. Dann wäre ich die deprimierte. Komm, Freddy. Lass uns aufs Dach. Bär und Nathan warten schon auf uns. Ich brauche doch etwas mehr Zeit mit diesem Klavier. Ich treffe euch oben. Okay, dann. Ich habe so eine Genie. Ich muss ihn einfach nur mit perfekten Klavier beglücken. Richtig. Süßes Fräulein, könntest du bitte meine Noten aus der Bibliothek holen? Damit kann ich euch auch mit einem wunderschönen Lied bezaubern. Und dieser Kritik sollte zufrieden genug sein, um mich um ihr Ruh zu lassen. Okay. Dann ist es. Machen wir einfach, wo man es gebeten hat. Freddy sieht nicht aus, als würde er diesen Ort bald verlassen. Okay, lass uns gehen. Wenn ihr die Noten in der Bibliothek... Da kann ich nicht lang. Okay. So, dann muss ich auf jeden Fall rechts lang. Aber... Da ist er. Da geht es gar nicht weiter. Okay. Von da bin ich gekommen. Dann kann ich hier rein. Auch nicht, weil ja nichts ist. Raus. Raus, raus. Rein. Rein, rein, rein. Alter. Tolle Techniken. Dann bin ich wieder raus. Vierzehr. Die Noten. Hier. Ein Blatt Klaviernoten. Ja. Er hat Noten. Gibt die Pistole, aber ist deine Noten? Hier oben war ich auch entlang. Und was ist hier oben? Warum ist das so riesig? Uncool. Kugel. Was ist unfair? Moving Items. Zack. Große Kugel. Irgendwann mal Yogas umtauschen. Echt, hey. Ich habe jetzt so viele Kugeln. Kann sie ja leveln. Ein paar coole Yogas reinholen. Oder ein paar coole Yogas jagen. Na, hier irgendwas drin. Außer, oh guck mal, was denn das war einer? Reflektor. Ist wieder so ein anderer Dobermann, hä? Ey, ich will ja durch. Okay, dann haben wir hier alles angeguckt. Bevor ich weitergehe, oder besser gesagt die Noten zurückbringe. Die ganz kurz nochmal zurück. Weil ich kann doch eine Tasche höher. Du kannst hier gerade nicht entlang. Vielleicht kann ich ihn hier. Für mich bestimmen. Sibirus. Okay. Boah, es ist Sibirus. Meine Entwicklung, oder was? Oder was ist das für alle? Was? Der Damage. Aua. Sex Köter. Jetzt greift doch mal an, Leute. Geht immer noch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, dann eben, verdammt. Oh, man. Äh, so. Reinigen. Er macht das schon, oder? Er macht das schon. Reinigen. Komm jetzt. Mach einfach kaputt. Boah, 100 Damage. Hahaha. Boom. Der hat voll viel aus. Pruss. Ach, geht gar nicht mehr. Okay. Alter, hat der viel ausgehalten. Ha. Haha. Alter Schwede. Krass, krass, krass. Was für ein Köter. Ja, die will ich vielleicht. Die will ich haben. Weil ich möchte die Kämpfein. Okay, wir mögen sie schon, aber sie zu uns möchte. Das ist die andere Frage. Dein Ernst. Und. Zack. Ihr könnt auch kämpfen. Erster Down. Ja. Autsch. Ich hab Angst. Ich hab ja Angst. Wieso? Hör doch auf. Wow. Hahaha. Immer drauf, immer drauf, immer feste drauf drauf. Reinigen. Oh, okay. Ist schon down. Ist schon down. Gewonnen. Ja. Oh, was ist denn? Hat wieder ein Level abgekriegt. Ich trainiere vielleicht zu stark. Das kann gut passieren. Aber. Mir egal. Ganz ehrlich. Mir egal. Bisher muss das sein. Hä, ich hab deine Noten. Hey. Wenn das nicht der schöne Fräulein ist, hast du zuerst mal die Noten. Sind das das hier? Bereich Noten. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Wie bist du nur aufs Universum, Fräulein? Statt dir mehr, dich mit einer Darbietung zu verzaubern, die dein würdiges. Ja, Applaus. Du, 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 du. Tü, tü, tü. Yeah, Applaus. So, das war gar nicht so schlecht. Das war sogar ziemlich gut. Aha. Noch ein paar Verhältnisse dafür habe ich wirklich alles gegeben. Sieht aus, als wäre es das schlechte gespielt, glaube ich, nicht mehr. Ergasmus zweiteilig dieser Mechanik verklebt haben oder so. Damit wir sein System jetzt gelöst haben, ist es Zeit, aufs Dach zu gehen. Tschüss. Bis nachher. Freilich scheint endlich zu Syrien zu sein. Wir sollten jetzt nach Nathan suchen. Auf jeden Fall. Ah, du flest mich schon, ein schönes Freund, genau wie alle anderen. Die Tür ist offen, aber ich bereue zutiefst, Abschied nehmen wir zu müssen. Leider muss ich weiter über diejenige, die eines Tages bleiben wird. Du könntest ja auch kein Freund werden. Bitte kommt auch bald wieder, mein liebstes Freund. Bitte sei diejenige. Magst du nicht mein Freund werden? Nicht? Okay. Dann halt nicht. Raus da! Hallo? Nein! Ich habe die Tür verpasst. Nein! Oh, Mann. So, wie war das? Hey, sag es! Bam, bam, bam! Und? Wow! Und da! So, dann haben wir einen Supporter und eine Frustier. Oder wie so im Eis, ja? Feuer gegen Eis! Sei sehr fiktiv, ja? Schlange lebt immer noch. Blöde Schlange! Sag es! Ach komm! Erzähl mir nichts! Blöde Schlange! Erzähl mir nichts! Blöde Schlange! Geht doch! Mann! Gewonnen! Erfahrungspunkte! Wieder ein bisschen was! Und ich kriege auch immer Eiter. Nach dem Kampf ist das auch gut. Daher? Wieso nicht? Hier ist nichts. Abwärts! Wo bin ich denn hier? War ich hier nicht schon? Ja. Das sind die Toiletten. Nein! Lass mich! Ich hab das schon! Ich brauch dich nicht! Batsch! Batsch! Abwärts! Ah! Hier muss ich hin! Okay! Raus da! Den hab ich auch schon! Da rein! Mein Item! Item! Bittere Medizin! Raus da! Er scheint ja auf dem Klo zu sein. Was auch immer auf dem Klo macht. Raus da! Okay, da kann ich speichern. Da wird was Großes passieren wahrscheinlich. Sonst würde ich hier nicht uns sonst speichern. Da würde ich aber sagen, liebe Freunde, das war's erstmal mit dem Part für heute. Im nächsten Part geht es weiter und dann werden wir mit Nathan reden. Gucken, was mit ihm los ist. Dann bis zum nächsten Part. Ciao! 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 Vielen Dank.